Heute würde ich gerne das MaxTrailer 3X Doppelteleplatte vorstellen. Der Auflieger hat eine Ladeflächenlänge von ca. 13.600 mm. Dazu, dass er doppelt ausziehbar ist, wie gerade schon gesagt, können wir nochmal um ca. 15.400 mm ausziehen. Da kommen wir insgesamt auf eine Gesamtlänge von 29 Metern. Des Weiteren hat man, wie man hier schön sieht, eine erhöhte Stahlstirnwand, die verzinkt ist von ca. 2200 mm und außerdem verfügt der Auflieger auch noch über WADA Containertaschen zur Aufnahme von einem gängigen Containermaßen. Wir haben auch noch Rungentaschen sowie zusätzlich Rungentaschenleisten, die quer in der Ladefläche montiert sind und der Auflieger ist auf allen drei Achsen hydraulisch zwangsgelenkt. Das können wir nochmal separat über die Kabelfernbedienung oder bequem aus der Sattelzugmaschine raus mit der Funkfernbedienung ansteuern. Ideal geeignet ist das Fahrzeug an der Stelle natürlich für Langtransporte.